Der letzte Tipp. Diese Mütze ist auf dem Kopf einer Statue. Wenn Sie die gelbe Mütze finden, dann gehören Ihnen die 1000 Euro. Flo aus München, du hast die gelbe Mütze gesehen, oder? Ja, voll gut, ich hab die gesehen. Beim Sigi stand sie und ich hab die Hinweise gehört und dachte mir, okay, ich kenn nur eine Straße, die nach einer Blume benannt ist. Zufall, Glück, alles war dabei. Und Radiohör natürlich. Das war natürlich die Voraussetzung und dementsprechend, du hast die Mütze gesehen. Ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, 1000 Euro gehören dir, Flo. Danke, ja. Hast du einen speziellen Wunsch gerade? Was, hättest du gerne? Ich brauch ein neues Handy, das ist fast kaputt, eine Skijacke, die bessere könnte ich auch. Okay, dann wird's eng, dann wird's eng. Danke, Charivari, wuuuh.